Mit einem schönen Lächeln sein Gegenüber beeindrucken. Wer möchte das nicht? Die Zähne sind da so etwas wie eine Visitenkarte. Möglichst gerade und weiß sollen sie sein. Doch nicht jeder wird mit dem perfekten Lächeln geboren. Nachhelfen kann da der Profi. Prinzipiell ist heute alles möglich, ob Jugendliche, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es ist die Frage des Aufwandes. Umso früher, dass man dran ist, umso schneller kann man ein schönes Lächeln und einen richtigen Biss erreichen. Aber prinzipiell habe ich in dieser Praxis zum Beispiel 40% Erwachsenenzahnheilkunde. Erwachsenenzahnheilkunde heißt ab dem 20, 25. Lebensjahr. Auch ab diesem Alter ist ein schönes Lächeln möglich. Ab wann macht es Sinn, beim Nachwuchs die Zahnstellung zu kontrollieren? Laut Lehrbuch ist es so, dass man zwischen dem 7. und 9. Lebensjahr eine Kontrolle beim Kieferorthopäden machen sollte, um einmal den Biss zu kontrollieren und einmal zu schauen, ob irgendwelche Fehlstellungen vorhanden sind. Und dann kann man einen Plan erstellen, sagen, fängt man jetzt gleich an oder wartet man auf alle bleibenden Zähne und macht man erst das mit 12, 13, 14, wenn alle bleibenden Zähne da sind. Das ist davon abhängig, von Physiognomie, von Gesicht, von Biss und so weiter. Schöne Zähne sind allerdings oftmals auch eine Geldfrage. Was hält der Profi von der Idee, dass die Krankenkassen für Zahnspangen aufkommen sollen? Im Prinzip finde ich das einen guten Vorschlag. Ich glaube nur nicht, dass es sich finanzieren lässt, da unser Gesundheitssystem von vorn bis hinten kracht. Es gibt ja bereits Zuzahlungen, so ist es ja nicht. Aber natürlich, wenn man diese Zuzahlungen bei manchen Kassen erhöhen könnte, wäre das sicher eine Erleichterung für Familien. Es gibt Krankenkassen, die zahlen wirklich zwei Drittel der gesamten Kosten. Aber es gibt Krankenkassen, die zahlen irgendwelche 10 Prozent nur von der gesamten finanziellen Belastung. Und da könnte man sicher einhaken und den Familien helfen. Ein Lächeln sagt oftmals mehr als tausend Worte. Und gerade dieses Lächeln sollte uns auch etwas wert sein.